Aktien praktisch aller Sektoren sind unter Druck nach einem späten Sell-Off an der Wall Street. Woran liegt das? Was ist da los? Meine Theorie ist, es gibt an den Märkten immer bestimmte Narrative, die dominant sind. Und solange sie nicht angeschossen werden, diese Geschichtserzählungen, diese Erzählungen, wie die Welt derzeit aussieht, solange ist alles gut. Jetzt aber ist diese Erzählung angeschossen, denn wir sehen, dass dieses bullische Narrativ, diese bullische Dreifaltigkeit, wie ich sie nenne, erstens, Delta, oder genauer gesagt, Corona ist erledigt, dementsprechend wird die Wirtschaft boomen jetzt. Das ist der erste Glaubenssatz. Der zweite Glaubenssatz ist, die Inflation ist nur temporär, ist nur vorübergehend, dementsprechend kein Problem. Und der dritte Glaubenssatz lautet, die Notenbanken werden uns ewig helfen, werden weiter auf dem Gaspedal bleiben. Und das ist zumindest nach dem gestrigen FOMC-Protokoll doch ein bisschen infrage gestellt. Also, das dominante Narrativ wird angeschossen derzeit. Und genau das hat Goldman Sachs gestern nochmal klargestellt, dass die beste aller Welten, die in den Märkten eingepreist ist, vielleicht doch ein bisschen illusorisch ist, vielleicht doch gar nicht so wirklich der Fall ist. Inflation rauf, Wirtschaft runter, so habe ich getitelt. Und genau das sagt letztendlich Goldman Sachs in einer Analyse, der Einfluss, die Wirkmacht der Delta-Variante auf Wachstum und Inflation sei größer als zuvor angenommen. Und vor allem senkt man jetzt eben zum zweiten Mal in den letzten drei Wochen seine Erwartung für das Wachstum der US-Wirtschaft. Und man hebt die Erwartungen für die Inflation an nach oben. Das heißt, Inflation rauf, Wirtschaft runter. Und das ist natürlich für die Aktienmärkte jetzt doch etwas anderes als die eingepreiste Beste aller Welten. Und jetzt kommt dazu, dass wir natürlich jetzt den kleinen Verfall haben. Immer eine unruhige Zeit, also Optionen verfallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Alle Welt auf derselben Seite. Und natürlich ziemlich stark gehebelt steht. Und dementsprechend könnte es da ein bisschen Unruhe geben. Jedenfalls bringt der Goldman Sachs jetzt diese bullische Dreifaltigkeit ein bisschen ins Wanken. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Märkte jetzt ein bisschen nervös werden. Hier diese Situation mit den Lieferketten, die ja in Sachen Inflation so wichtig ist. Toyota etwa hat jetzt gesagt, wir werden unsere globale Produktion um 40% niedriger ausfallen lassen müssen, als zuvor geplant. Ford wird jetzt ein Werk in Kansas City wohl erstmal still liegen, wo eine Bestseller-Pickup produziert wurde. Also das sind Dinge, die sind nicht so furchtbar temporary, weil eben wir nach wie vor die Probleme in asiatischen Fabriken der Fall sind, die geschlossen haben. In Häfen wie Ningbo der Fall sind, die nur teilweise arbeiten und dementsprechend wird sich das Ganze weiter hinziehen. Das hat man so nicht auf der Agenda gehabt, hat sich aber abgezeichnet. Man hat schlichtweg den Einfluss von Corona unterschätzt, respektive die Reaktion der jeweiligen Regierungen auf eben Corona. Jetzt sehen wir mal hier ein paar Charts, zwei genauer gesagt Inventory Sales, also praktisch Lagerhaltung zu Verkäufen. Und wir sehen hier, die Lager, die leeren sich in massivem Tempo. Hier oben Vehicle and Park Dealers, also praktisch alles aus dem Autobereich, Fahrzeugbereich, ganz, ganz niedrige Lagerbestände. Das heißt, die Unternehmen waren noch in der Lage, aus ihren Lagern abzuverkaufen. Jetzt leeren sich die Lager. Das gilt für alle Retailer, also praktisch für alle Einzelhändler, wie die untere Grafik hier zeigt. Und das hat inflationären Einfluss, denn was knapp ist, wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage trotz einer vielleicht sich abgehehlenden Wirtschaft aber nicht total einbricht, dann steigen die Preise, weil eben das Angebot so knapp ist. Das ist genau der Punkt. Und dementsprechend sehen wir jetzt, dass von einem nachlassenden Preisdruck nichts zu sehen ist. Man erwartet sogar, dass jetzt die Preise für Neufahrzeuge noch weiter steigen, eben weil das Angebot knapp ist. Und jetzt kam gestern das FOMC-Protokoll. Wir sehen hier Aussagen, dass man sagt, ja, die meisten, die Mehrheit der Participants sieht, dass man noch in diesem Jahr mit dem Tapering beginnen wird. So heißt es in dem Protokoll, Paul gehört offenkundig zur Minderheit, denn der möchte das eigentlich nicht. Im Februar endet ja seine Amtszeit. Aber man sagt auch in diesem FED-Protokoll, dass man weit im Voraus mitteilen wird, wenn man das tun wird. Und jetzt ist ja Jackson Hole Ende des Monats August, dann kommt das September-Meeting der FED. Also es könnte sein, dass das noch dauert, dass vor allem also nicht vor Dezember die Geschichte beginnt, wenn überhaupt. Es wird also noch ein bisschen dauern. Die FED wird es nicht allzu eilig haben, auch wenn viele innerhalb der FED gestern gesagt haben, also diese Käufe von Mortgage-Back-Securities, von Hypotheken, Besicherten, Anleihen, das ist doch angesichts eines so derartig boomenden US-Immobilienmarktes vielleicht nicht die beste Lösung. Jedenfalls sehen wir, dass das Ganze ein bisschen hawkisch war in der Summe. Es gab doppische Elemente, hawkische Elemente. Allerdings waren damals eben 27. und 28. Juli, wie ich gestern auch in dem Videoausblick im Markeflüster versucht hatte anzudeuten, war das ja auch noch vor den US-Arbeitsmarktdaten. Das war vor den Inflationsdaten, die wir inzwischen haben. Also das muss man natürlich jetzt ein bisschen relativieren. Die US-Konjunkturdaten haben sich tendenziell weiter verschlechtert. However, die Märkte ein bisschen verrückt reagiert, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass der Dow 1% verliert, Nasdaq auch knapp 1%. Wir sehen, dass der WIX 20% gestiegen ist, nicht schlecht. Wir sehen Energieunterdruck, gestern dann auch die Lagerbestände für Öl, die Lagerbestände für Benzin sind überraschend gestiegen, was auf eine etwas geringere Nachfrage wiederum hindeutet, was wiederum darauf hindeutet, dass die Leute beginnen weniger zu reisen, weniger auszugehen, wenn sie weniger Auto fahren. Wir sehen Technologyunterdruck, Financialsunterdruck, die schon lange unter Druck stehen, weil die Renditen für Staatsanleihen fallen. Wir sehen Materials, Industrials, also die klassischen Reopening-Kandidaten, die haben gestern Probleme gehabt. Und wir sehen einen wilden Swing. Ich habe hier das FOMC-Protokoll gestern dargestellt auf Finanzmarktwelt.de und dann sind die Märkte zunächst drauf, dann sind sie drastisch runter, weil öfter mal das Wort Substantial Further Progress erwähnt wurde im FOMC-Protokoll. Das ist dann für die Algorithmen das Signal, wir haben doch eingespeichert bekommen, dass Substantial Further Progress das Codewort ist für Taper-Beginn. Dann sind die Futures erstmal runter, dann sind sie wieder rauf, um dann aber doch ziemlich zackig und heftig nach unten zu gehen. Und jetzt, wie gesagt, haben wir am Freitag den Verfall bei den Optionen und die Optionen werden immer wichtiger für die Aktienmärkte, weil sie einzelne Aktien bewegen, weil sie auch Indizes eventuell bewegen. Jetzt sehen wir hier, dass die Market Maker darauf reagieren müssen. Wir sind jetzt unter 4.400 Punkte beim S&P 500 und wir sehen, dass das Vega sich verändert. Also praktisch die Relation zwischen der Reaktion der Optionen und dem Basiswert, auf den sich diese Optionen beziehen. Mit anderen Worten, wenn die Schose jetzt nach unten geht und die große Mehrheit ist der Long, dann kommt diese große Mehrheit schlichtweg unter Druck, weil eben auch letztendlich die Market Maker sich absichern müssen, selber dann sozusagen sich nach unten diesmal absichern müssen und damit eine Dynamik verstärken. Die einen kommen unter Druck, weil der Markt in die falsche Richtung läuft und die Market Maker müssen mitgehen, um ihre Risiken abzusichern, indem sie eben auch etwa Put-Optionen sich ins Depot legen oder Aktien eben leer verkaufen müssen. Das ist ein Faktor, der zu beachten ist. Mal sehen, wie der sich ausspielt. Aber Faustriegel kann sein, je weiter es runter geht, umso größer der Stress natürlich im System. Und wir sehen, dass auch der Dollar, der schon lange irgendwie bullisch ausgesehen hat, jetzt diesen Stress im System zeigt. Denn der Dollarindex ist jetzt auf dem höchsten Stand seit November letzten Jahres. Wir sehen Euro-Dollar unter der 1,17er-Marke und was Sie unten sehen, ist der Wichs, der jetzt möglicherweise nochmal zurückschnappt an dieser Trendlinie. Oder er bricht aus und dann dürfen wir einen Spike in Volatilität sehen. Also darauf wird zu achten sein. Insgesamt die Aktienmärkte, die Aktiensektoren breit unter Druck. Zykliker und Defensive gleichermaßen unter Druck. Growth und Value gleichermaßen unter Druck. Es wird also da nicht mehr unterschieden. Und insgesamt, und das ist eine interessante Beobachtung, sehen wir ja schon länger, dass das Geldmengenwachstum prozentual deutlich zurückgegangen ist. Und dementsprechend sagt hier diese Analyse, nein, das Tapering, das hat schon längst begonnen, nämlich im März. Da nämlich sehen wir, dass hier praktisch die Notenbanken schon ein bisschen den Hahn nicht mehr so weit aufgedreht hatten. Dementsprechend könnte eben dann, wenn es mit dem Tapering losgeht oder mit dem Announcement des Taperings vielleicht gar nicht so viel passieren. So diese Analyse, das zeigt auch ein Artikel von Wolfgang Müller, Tapering und die FED, wie die Aktienmärkte reagieren werden. Ein Blick in die Börsengeschichte werde ich Ihnen unten unter dem Video verlinken. Da sollten Sie mal gucken, denn man hat ja schon aus 2013, 2014 die Erfahrung, wie es mit dem Tapering ist. Damals ja bei Bernanke, Taper, Tantrum und so weiter. Jedenfalls die Märkte nicht so begeistert. Ja, das ist halt, wenn du Kleinkinder keine Candys gibst, keine Gutsia, wie man in Saarländisch sagt, keine Bonbons. Dann ist schlechte Laune. Junkies don't like to be without the junk. Das ist genau das Problemchen. Jedenfalls sehen wir auch in China wieder Stress. Wir sehen Alibaba auf einem neuen Allzeittief sogar. Vier Prozent wieder nach unten Berichte. Hier was die Journal. China will unter Xi Jinping wieder zu den Ursprüngen der kommunistischen Partei zurückkehren. Praktisch den Privatsektor anschießen, beziehungsweise eigene Leute aus dem Staat in diese Privatfirmen setzen, damit man sie besser kontrollieren kann. Und hier eine Art Umverteilung. Die Wohlhabende, die soziale Differenz sei zu groß. Deswegen müssen die Wohlhabenden verzichten und es der Allgemeinbevölkerung besser gehen. Also durchaus dieser Grundgedanke des Sozialismus wieder der Fall. Und Grundgedanke des Sozialismus haben wir natürlich auch jetzt durch die EZB, gell? Da kriegen wir bald einen Fünfjahresplan für die Wirtschaft und einen Fünfjahresplan, wie die Aktienmärkte sich entwickeln werden. Jedenfalls sehen wir, dass die Bilanzsumme der EZB eins zu eins mitwächst. Jetzt mit den Immobilienpreisen in Deutschland, hurra! Das sind die segensreichen Folgen der Politik, der Notenbanken blasen in Vermögenspreisen auslösen, indem man einfach die Geldmenge immens ausweitet. Irgendwo muss dann das Geld hin. Es geht eben in reale Werte. Dadurch bewerten die Märkte reale Werte in einem Übermaß an Überschwang. Das wiederum ist gefährlich, denn irgendwann ist dieser Überschwang vorbei. So war es immer. Aber diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Und diesmal ist alles anders. Das ist auch ein Thema, das heute mit dem Markus Koch auftreten wird. Heute Abend, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren. Welt macht Wurstit. Heute ist das Thema mit dem Markus und natürlich mit dem Roland Ulrich. Das wird lustig, das wird entspannt, das wird unterhaltsam. So viel, meine ich, versprechen zu können. Ich packe Ihnen den Link unter das Video, unter dem Sie ab 18.30 Uhr oder später, aber ab 18.30 Uhr das Ganze nachverfolgen können, mitverfolgen können, dabei sein können. Also zwei Links diesmal. Der Artikel von Wolfgang Möller, Tapering und Reaktion der Aktienmärkte. Und eben dieser Live-Link. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Ich bin gespannt, ob die Aktienmärkte sich hier holen. Wir sind teilweise ein bisschen überverkauft, aber das wird jetzt eine etwas heißere Phase, die da kommt. Ist auch mal Zeit nach der Langeweile, die wir ja deutlich erlebt haben in den letzten Wochen. Also Servus und Ciao.